hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge richtig warzone und richtig wo hier auf meinem kanal ob glückglocke und wenn es wenn lasst ein abon da like die video schreibt es in die kommentare halten wir die glocke und instagram und twitter unten in der beschreibung und auch das letzte video von warzone also bitte in die beschreibung schauen und jetzt viel spaß bei dem video los geht es ja stört schauen das ist so der ort wo wir in jedem video versuchen runter zu gehen weil er meist für die unten sehr gut ist stört staun ich sehe dich da 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 sunshine double und raus hier ja läuft gut oh na 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 es ist auf bald weihnachten noch ein monat ungefähr leuchtet da was oder ich mit denen auch ich habe es mit dem augen Ja, 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 das tut Dreck drauf. Scheiße. Also mindestens ein weiteres hier runtergegangen. Wir driften ein bisschen ab, aber rein da. Das ist schön. Ich habe Geld gefunden. Ah, sicher ist da aber nicht mal mit, das RGB-Ding hier. Nein, Mann, das ist ein LMG. Ja, ich weiß. Besser als nicht mit so einem Leichtmaschinengewehr. Das ist dann verdammt nochmal ein schweres. Nee, 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 das bleibt bei mir. Mal Zeit. Am nächsten Mal haben wir ihn aufmerksam gemacht. Ja, haben ihn, Alter. Der war schlechter als ich. Oh, danke. Du hast uns eine schöne Weste gesammelt. Du konntest uns ein bisschen was geben, das ist ja schön. Die Frage ist, tausche ich das gegen das? Ach du Scheiße. Äh, nee. Ich war live bei meinen. Hier ist noch einer. Wir sind auch noch am Rand der Zone. Sehr schön. Ich höre jemanden. Wo? Wow. Äh, ich hätte jetzt gedacht, ich sterbe. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich schon sehr gezuckt habe. Da ist ja schon wieder jemanden. Es sind auf jeden Fall mehr Leute als einer runtergegangen. Ich dachte, hier ist nur mit uns einer runtergegangen. Nein, es sind mindestens zwei. Das Gas kommt. Feindliche Drohne über uns. Was ist das, was ich denke? Äh? Okay, ich glaube, wir sterben gleich. Aber jetzt versuchen wir. Oh, verdammt. Der dritte Kill. Ja, ich klinge sehr verrascht. Das bin ich auch. Ich höre noch jemanden, glaube ich. Und das alles mit einer verdammten, ungetunten Kilo. Ich habe gerade ein bisschen Muffe, mich zu bewegen. Ich glaube, ich höre noch jemanden. Aber. Drei Kills sind schon okay. Hä? 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 Nein, 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 nein. No, 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 no. Das ist doch hier. Danke. Gern geschehen. Da läuft noch jemand rum. Feindliche Drohne über uns. Ich schwöre, da ist noch jemand. Ich habe jetzt gedacht, dass da noch jemand ist. Irgendwie hat sich das so angehört. Ah, vier Kills auf kurze Distanz. Ich meine, kurze Distanz. So, auf so ganz schnellen Raum. Okay, wir sterben. Das gibt es doch nicht. Wo kam der her? Wir sehen uns nach dem Gulag wieder. Oh. Ich sage mal, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Weil mit dieser Knarre. Wow. Wir sehen uns jetzt wieder. Cool. Ich glaube, im großen Ganzen wird das noch ein sehr gutes Video. Mit dieser Schrot kriegt er uns nichts hin. Okay, letzte Chance. Wo gehen wir hin? Noch sind wir am Rand der Zone. Sollen wir versuchen? Ach komm, wir machen es. Ganz riskant. Nochmal zur Storage staunen und gucken, ob unsere Waffen da liegen. Ich glaube, wir waren hier hinten. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sieht ihr mich? Oh, hier ist noch einer. Okay, das war eine ganz, ganz kurze Runde. Nein! Ey, ich habe doch getroffen. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Und los geht's. Runde Nummer 2. Natürlich, ich habe meine Person da geworfen. Runde Nummer 2. Nein, der Fallschirm. Komm schon. Oh mein Gott, ey. Riskant, riskant. Nö, nicht wirklich. Okay, das wird eine kurze Runde. Dann sehen wir uns in der Runde Nummer 3 wieder. Ja, ich sehe es. Und der kriegt natürlich gleich eine gute Knarre. Und wir kriegen jetzt hier irgendeine blöde Pump. Nein, das ist okay. Und das nehmen wir auch mal mit. Nicht, dass ich damit umgehen kann, aber ja. Den holen wir uns jetzt. Wenn der noch in dem Gebäude ist. Mann! Vielleicht nach dem Gulag. Puh. Eigentlich ist das kein Problem. Ich kann mit der Pistole schießen. Es ist eine Zeit, seine Freiheit zu verdienen, Soldat. Alter, komm schon. Na komm, ich kann auch mit der Pistole schießen. Ja, natürlich. Ihm, nicht mir. Oh, super. Wir kommen nochmal rein. Das ist ja toll. Ich habe nicht dran geglaubt. Aber ich spiele gerne mit Pistolen. Auch bei Rogue Company, Fortnite. Modern Warfare. Nur nicht bei dem neuen. Okay, da habe ich es noch nicht ausprobiert. Cold War, meine ich. Und alles zu sehen. Hier auf meinem Kanal. Auf Glück oder Können. Win is win. Ich bin nicht der Beste. Nicht der Unterhaltsamste. Aber sehenswert. Mann! Ne, ne? Es ist doch nicht hier irgendwo einer, der mich von Dach aus schneiden kann. Okay, das brauche ich auf jeden Fall. Dann nehme ich lieber das. Mit der Pump komme ich doch besser klar. Verdammt, hier hat schon jemand gelootet. Hier kommt noch jemand runter. Okay, das wird ein kurzes Video. Und vielleicht gibt es auch Runde Nummer 3. Oh ja, ja. Kilo. Hä? Alter, ich habe den nicht gesehen. Oh, wir sehen uns in Runde Nummer 3. Und das ist Runde Nummer 3. Weil es uns nichts Schöneres gibt. Also nach der kurzen Runde Nummer 2 sind wir jetzt bei Runde Nummer 3 und hoffen, dass die eher als 2 bis 3 Minuten geht. Und diesmal auch ein Killer für mich und nicht nur für die Gegner. Okay, wir verziehen uns mal ein bisschen von da. Die Polizeistation sieht gut aus. Und ein... Ja. An der Platze ist schon mal sehr gut. Super. Klasse. Wir sind sehr nah bei der Zone. Ein bisschen Geld. Wenigstens schon mal eine Pump. Nehmen sie auf. Das ist auch sehr gut. Ja, dann haben sie so komische Backgroundmusik. Die soll irgendwas simulieren, was gar nicht da ist. Einmalig bin ich gut. Ist hier jemand? Oh, toll. Die Mine ist gut. Ja, aber das andere nicht. Ja, noch eine. Moni komplett aufgest... Stachelt. Oh ne, Pump. Den würde ich gerne fahren. Okay, Gegner brauchen wir eigentlich auch. Aber... Ich fahre. Oh mein Gott, ich habe Musik. Wie macht es dir aus? Stop Clips. DMX Stop. Auf den Quad hatte ich also die Musik. Ja. Wir fahren natürlich jetzt sehr schlau durch die Stadt, wo wir von oben aus erschossen werden können. Oder von vorne vor meinem... ...Trag einer RGB. Das kann ich nicht garantieren, dass ich weiterkomme. Ah, gegen ihm. Ah, wir haben uns vorhin noch geboxt. Cool, es geht weiter. Wir haben die Gulag überlebt. Und ich habe mich eben noch mit ihm geboxt oben. Was ihr natürlich nicht sehen werdet. Okay. Ich hätte gerne jetzt nochmal einen Kill. Aber erst bräuchte ich ein paar Waffen. Ah ja, komm schon. Oh Mann, das war es mit diesem Video. Danke fürs Zusehen. Äh, ich wünsche einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace. Ich weiß nicht.